Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin's Kevin auf dem Kanal von D40s und mit dabei ist Leon, der gerade weiter weg ist. Ich weiß schon, wer der Mörder ist. Warte, ich hab noch nicht mal zu Ende geredet. Und der Schlüssel ist Revolver in Grau. Jeder muss die Truhe öffnen, wenn nicht, dann der wird Bombe. Ne, blaues Revolver ist es, ne? Jeder muss die Truhe öffnen. So Leute, der Mörder hat eine Minute Zeit, also bis... Ja, okay. Der Kappenfüße ist schon versteckt, also... Also der Schlüssel dürfte in 50 Sekunden versteckt sein. Äh, äh, äh... Äh... Ey, du, da... Wer bist du? Das bin ich. Weißt du, wo Leon und Noah sind? Nein. Die sind versteckt. Leon, komm! Guck mal jetzt auf den Treppen! Auf welche Treppen bist du dumm? Hä, du hast ja immer noch Kämpf. Auf welche Treppen? Was, wie... Ey, uh... Also alle... Das, wirdức. Wissen weise, nur einer fehlt wie da. Was ist das? Tja, ma, ich guck mal raus. Das, часов k Audio ist ... der redet auch nicht. Hallo, too,olesome, Sneijen mal. Ja, Leute, ich hab jetzt keine Ahnung, aber... Ja, ich bin das nicht so乾息ul studying. Trying to eat 같이 Problem. Ich, natürlich. Gackausschritt Noah Noah kann sich vielleicht fake, da bin ich ganz ehrlich Ich bin so wundervoll, ich bin der Curl Ich bin so wundervoll Ey, mit wem redest du? Dir Ey Ey, ist jetzt kein Spaß mehr, ne? Wo ist Noah? Leo, das ist fake Vielleicht ist er in diesem großen Haus Der Schlüssel müsste schon längst versteckt sein, übrigens Wenn nicht, dann muss er sich jetzt ergeben Till verfolgt mich, Till verfolgt mich Till verfolgt mich Du guck ihn dir doch mal an Hab den Schlüssel, hab den Schlüssel Wo? Ich bin mit dir gelaufen Ja, dann habe ich das dein Ding gesehen Till Till war das Noah Lass erstmal Noah suchen Ja, ich verfolgt dich nicht Lass uns das große Haus gehen Ich geh mal getrennte Wege Ich geh mal in dieses Haus hier Ja, tu das Ich hab'n Verdacht an Till Hä, haha Leon hat dir die Ehre genommen, Digga Till Ja, ich dachte, er hätte den Schlüssel schon gekocht Till war's, ne? Ja, ja Er hat mich direkt an Anfang rumgebracht Ey, soll ich das mit der Kack Los geht Okay, wo der Schlüssel los? Ich schlaufe Mr. Leon Oh nein, Gott, also Debbie Palm So Leute, jetzt gehen wir in allen Boxen Ich bin gespannt, wer jetzt der Mörder wird Hat ich dir gesagt Ja, aber auf jeden Fall So, 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 ey, wenn du weiter machst, dann kick ich dich einfach, weil du nicht richtig spielst Das ist nicht schön Das ist nicht schön Das ist nicht schön Das ist nicht schön Oh, wer ist dein Gebüsch, Alter? Der Mörder, der Mörder hat eine Minute Zeit, den Schlüssel zu verstecken Das ist nicht schön Das ist nicht schön Das ist nicht schön Ey, ich wusste, ich hab' die Mörder jetzt raus Der ist so komisch, oder? Der ist so komisch Der ist so komisch Wer bist du? Wer bist du? Du Du Hast du der, der da, ich glaub das ist Kevin Ah, oh mein Gott Der, 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 der wollte mich kontakt haben Ich hab' ich hab' Holz gefahren Was ist denn mit dir das? Ich hab' ich hab' Holz gefahren Ich hab' ich hab' Holz gefahren Was ist denn mit dir das? Digga, du bist so schlecht Okay, komm her Irgendwie vertraue ich nur, weil er immer so dumm ist Ich bin noch immer fort in meiner Real-Life-Story, was willst du eigentlich? Ich hab' die Bäume nicht ab Oder ich hab' dich gleich tot Ich such' Leo Kommt jemand mit? Ich Ich Wer hat da gerade einen außer dem Geschwitzt sagt? Ey, wer bist du? Wer bist du? Kannst du mir davon sagen? Wer bist du? Ey, wer bist du? Wer bist du? Ey, sie müssen nur auf ein paar Gramm gehen Sorry Sorry Woher bist du? Ich lehr' und ich hab' wieder über sie gekillt Okay, ich vertraue dich nicht mehr Oder doch, ich vertraue ihn mehr Wo ist Kevin? 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 Ey, no, du musst trotzdem das Maul halten, das heißt ich schon Wo ist Kevin? Okay, schon weg, tschüss Ich vertraue ihm gar nicht Nee Digga Was war das gerade? Hallo Kevin? Kannst du sehen, dass du der Mörder bist? Hallo Kevin? Hallo Kevin? Hallo Kevin, ich weiß, dass du der Mörder bist Ich hab' dir gehört, dass du dein Mörder bist Hallo Kevin? Ich glaube, Kevin ist der Mörder. Ja, ich guck nicht, dass ich da bin. Da war das Spiel neu. Ähm, äh, response, ich will dann gar nicht spielen. So, ich hab doch gesagt, Kevin ist es. So, Leute, jetzt habe ich, ähm, jetzt kommt gleich etwas, das, ähm, das wird mich nicht freuen, aber es geht nicht an, ich kann den Clip uns löschen, und ja, ich hoffe, es hat euch gefahren. Dann beendet einfach an diesen, äh, an dieser Stelle, und ja, und jetzt mal ciao, bis jetzt mal ciao, bis jetzt mal ciao, bis morgen.